Also, was führt dich nach Pride Home? Oh, du suchst also nach der Arche? Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Um ehrlich zu sein, ich suche auch nach ihr. Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Was für ein glücklicher Zufall! Vielleicht können wir zusammen reisen und... Herrje! Die Junge! Die Junge, hör auf so schlecht zu reiten! Eieieieiu! Und ich surf da hinten drauf! Ich fall nicht runter! Nein, nein, nein! Ich zierliche Frau, hab den da gerade gerettet, ne? Vielen Dank! Oh nein, sie sind mir bis hierher gefolgt! Vorsicht, da kommen noch mehr! Ja! Gar kein Problem! Ich glaube, das ist meine Güte! Gar kein Thema! Hast du nicht verletzt? Ich habe einen ein paar Jahre zu verletzt! Ich mache den stemmen! Ich habe einen Schleuten...